Wichtige Sachen im Unternehmen waren immer die Designentwicklungen, die wir gemacht haben. Wir haben verschiedene Designentwicklungen entwickelt, die Preise gewonnen haben. Der Dibius Award 2004, wir haben Preise in Agenta 2011, 2017 in Las Vegas oder in England den Retail Jewelry Award. Das ist der massive Preis, den wir 2017 in Las Vegas bekommen haben, für den besten Männerschmuck in den USA. Snakebone Design. Es waren immer Schmuckstücke, die aussergewöhnlich für unsere Segment und Stilbilder waren. Wir haben früher schon Sachen gemacht, die andere Unternehmen gar nicht traut haben und erst später von diesen Unternehmen nachgefolgt wurden. Wir sind auch heute immer noch darauf, dass wir neue Designentwicklungen bringen können, neue Materialien verwenden. Das ist eigentlich ein Kennzeichen, dass wir als fortschrittlichsten und innovativsten Unternehmen in unserem Segment sind. Auf das sind wir auch stolz. Sollt. 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 Vielen Dank.